SCP-4126-B scheint wenig bis gar kein Verständnis dafür zu haben, wann ernsthaftes Verhalten erforderlich ist. Es geht sorglos durch die Welt und will einfach nur seine Spielereien mit Leuten treiben. Davon abgesehen hat es etwas seltsam Sympathisches an sich. Es könnte seine höfliche Umgangsform und lebhafte Persönlichkeit sein, oder aber eine Art mimetischer Effekt, welcher andere Leute um es herum dazu bringt, seine Gesellschaft zu genießen. Wer weiß das schon? Was feststeht ist, dass es keinen Schaden verursacht und ein unstillbares Verlangen nach Spaß aufweist. Wie entzückend.